Moin Leute, Ska hier. Willkommen ins Café. Jo Leute, was geht ab? Just One ist auch mal wieder am Start. Wir haben hier das letzte Mal was erschrocken aufgehört. Ja. Da hat uns irgendwie so ein komischer Knispel angesprungen. Witz, ne? Wir haben ja keine Taschen mehr gemacht. Warum? Jetzt leider ohne. So ein Dancer, ne? Der Dancer. Schön. Schön. Den komisch auch. Ne. Was gefesselt der Junge hier. Komm, befreien wir den mal, ne? Das? Deine Lampe. War zu komisch auch. Weiß ist schon ein bisschen verpreise uns. Gar nix. Hier geht's lang. Mach mal auf. Ach nee, das ist nicht. Genau. Hallo? Auch Licht? Licht? Nee, Licht. Einfach spooky. Einfach spooky. Genau. Einmal die Türzei. Einmal die Türzei. Einmal die Türzei. Ja. Alles sieht ja überhaupt nicht gefährlich aus. Ist da wer? Äh, soll ich mal runter springen? Hm? Was ist das denn? Ich sehe hier nichts. Ich möchte gerne mehr sehen. Besser. Ich hoffe jetzt einfach mal drauf zuhören. Was ist das nach dem spirituell von der Ring? Was ist das hier? Das ist ein Swer어요. Das ist der kameras. ę WOOOOOOH Die Kamera ist kaputt Auf und zu Tschüss Leute So und auf Ja genau dafür So und beide zu Die sagen nichts Vielen Dank Nein Was machst du? Versuch rüber zu gehen Vielen Dank Oh nein 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 Warte, 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 warte ich bitte braucht es, warte, warte, warte bore Total Wir sind gegen einen R kuq Die sind ausgedrückt Traust Rechnen wir die Rechnen in der Karte. Sind die so schnell durchgekommen? Nein, nicht da! So schnell lang gehen! Rechnen? Jetzt? Rechts? Na lang? Geht nicht mehr zu? Warte umlaufen? Nee, Rechnen? Nein! 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 Lass mich durch! Wollt ihr von mir? Rechts, rechts! Links, links, links! Nein! Kann nicht wahr sein! Wo sind wir hier? Wie immer noch hier... Und so, schon wieder hier! Toll! Aua! Das hat gescheppert! Ich laufe jetzt hier links hoch! Es geht hier gar nicht hoch! Okay! Das dürfte ein kleines Problem werden! Warte mal, hier war zu, ne? Ähm... Ja... Ja, von hier sind wir hergekommen! Türen sind leider schon alle kaputt! Also wir müssen sicherlich hier lang! Aber wo? Oh, Batterie ist recht leer! Vielleicht noch? Ehm... Oh... Ich will das wieder... Sackgasse, sackgasse, sackgasse! Rechts, rechts, rechts! Ey, jetzt sind wir schon wieder hier! Ja, ich... Kann nicht anders! Uah! Das ist klar! Karussell-Simulator hier! Aaaaaaah! Hier? Hier? Nein! Wie war's die Wo-Lagen? Rechts, 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 rechts! Das geht jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde so! Rechts, 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 rechts! Ey, wo... Links, rechts, rechts, rechts! Was? Links, rechts, rechts, Radeaus? Oder was? Wo müssen wir denn lang... Rechts, Radeaus! Die Brauchten! Okay, hier hoch? Nein! Nein, rechts, Radeaus! Nein! Nein! So, die Batterie! Warte mal ein bisschen nachdenken, oder nein? Oooh! Guck dich, guck dich, guck dich, guck dich! Haua! Aua! Aua! Hä? ich habe ich keine ahnung wo wir hin müssen dann ist hier noch zehn stunden rumlaufen durch das war eigentlich zu viel okay verdammt haben wir irgendwas neues wir haben eigentlich nur die kamera neu bekommen hier ging es ja nicht hoch na ja wir haben ja keine kamera und wieder okay auf auf aber es müsste eigentlich immer hier weitergehen wo ich den Klöten hat dass wir fast das Gefühl müssen wirklich noch mal zurückgehen hier sind wir falsch guckt hier ist auf jeden Fall nichts nichts zu sehen nicht ganz es hat also hier ist definitiv nix wir müssen einmal weiter schließt doch der stattdessen hier vielleicht durch so weiter links auch nicht durch weiter links wo müssen wir lang da muss man aber erst mal drauf kommen da muss man aber erst mal drauf kommen gott sei dank ey die kamera ist kaputt wenn du das so hat mir passiert da muss man sagen die rein die in die in übersehen haben dann konnte eigentlich nicht oder wieso sollten wir hier wieder hoch können weil wir da hinten haben wir jetzt das ausgiebig alles getestet weil wir sind bestimmt zehn mal rumgelaufen und das war einfach nix schlecht wenn das ding weg schieben und ich also wir sind ja ich kann mich auch daran erinnern hier eigentlich ist durchgekommen dann runtergegangen und die kamera Ja, guck mal hier. Hallo? Warte mal, hast du bei den Zielen angeguckt? Da sind wir drunter gekleckt. Das kann sein, ja. Nicht mal eine Batterie. War gut. Bitte, dabei zu finden. Kurz entspannen. So, weiter geht's. Äh, okay. Ich glaube, unsere Kamera ist schraubt. So. So. So, komische. Komisch. Hey, wie komm ich denn da hinten hin? Ach, guck mal. Ja, hier sind wir langgegangen. Weiß ich noch. Na, mach's. So, und wenn das Pond ist. Aufgeessen. Na? Was, welche Tür? Hier? Hier, wir gehen. Nein. Das wird's. Da. Da ging's weiter. Ja. War noch locker hoch? Ach doch, kann er. Doch, kann er. Oh. Neues Ziel für den Vorder-Martin. Und? Äh, wie lang? Neues Ziel für den Vorder-Martin. Äh, wie lang? Warum? Überspring. Äh, der Übertrieb baue ich. Oh. Blut. Zwei Stück. Wie kommen wir da hin? Wer auch zu einfach drauf ist. Oh. Was kann ich dir jetzt mal vor, diese Scheiß? Warte? Da ist hin. Warte mal. Warte mal, ich geh nochmal zurück, lass nochmal mit den Batterien versuch'n. Oh, belebe ich, geh mal runter. Hallo? Was? Ich seh' eh nicht aus, die Stockwerke. Alles war klar. Ich hab Vorwarn übertrieben, hier. Ach, siehste. 2 Watt. Ach guck, jetzt ist es doch offen. Oh, wir kommen! Hallo. Das ist so. Wieso? Er fragt sich auch was los. Ich glaube, das soll nicht so sein. Wie sehen wir uns, Alter? Warte mal, der leuchtet nach unten. Ich hoffe nicht. Das wird eher ein Fehler sein. Der muss hier von vorhin noch stehen, irgendwie. Ist ja mysteriös. Vielleicht trägt er sich um uns. Ich rufe eine Kutte an. Er hier? Nur ein Auge, würde ich sagen. Joi, und nur eine Lippe. Das muss da der Held. Das war schön, da wo du bist. Genau. Ja. Ich weiß, du bist nicht patient. Was? Äh, was? Was steht hier? Hallo? Äh, 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 was steht hier? Hallo? Ja, was steht hier? Er ist so. Anson delt zu sein. Oh, wieso ganz andersherisch? Ele ist so. Ers Mann. Geht hier sein. Schmeichern? Ja, da. Oh, komm, das ist ja ganz gut. Ähm, 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 komm mal durch, bitte. Ähm, okay. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Hallo. Danke, lieber Nachbar. Okay, wieso hat er mich da gesehen? Oh, das sieht ja aber gemütlich aus. Find ich ja auch. Ja, egal hier. Ja, das ist eine Ecke, Sitzbunde. Ja, das ist eh. Wot, ich hab noch ein Pitzel. Jetzt? Aber, tschüss. Ey, hier ist auch eine Tür. Da ist auch hier. Da kommt. Alter, er gibt mir erst mal einen Tritt, ey. Ja, okay, da ist er. Na, hallo, so. Okay. Wollt ihr vielleicht mal so ein bisschen? Wird es schon mal eine Sackgasse sein? Ah, hier, hier, hier. Mach schon mal alles auf. Hallo, komm, komm. Put, 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 oh, lo, 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 lo. So. Und jetzt? Nichts? Hier? Ich will weg. Wollt ihr weg? So. Oh, da liegt einer. Wen geht's? Keine Ahnung. Der macht einen Liga-Shill. Ja. Sein Kopf wird ausgedreht. Sieht sehr gesund aus. Ja, also ich würde mal sagen, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Und tschau.